So Leute, da sind wir beim nächsten Muster und hier ist nochmal Innistrad Mitternachtsjagd Promopack. Gucken wir uns mal das Promopack nochmal an. Das waren ja die ersten, soweit ich mich richtig erinnere, die Made in Belgium waren. Es kann auch sein, dass die TNT auch Made in Belgium war, aber ich meine, das waren ja die ersten. Das ist der Arena Code, den lege ich mal beiseite. Und dann haben wir ein Fluch des Erschütterten Glaubens. Sehr cool. Ihr hängt mit den Dämonen und allem drumherum vorne die Priesterin oder der Priester. Geil! Zwei Mana, Aura, Fluch. Man verzaubert einen Spieler. Immer wenn der verzauberte Spieler einen Zauberspruch wirkt, außer den ersten in seinem Zug, fügt er, oder wenn er ein Spell kopiert, fügt er ihm zwei Schadenspunkte zu, der Fluch. Richtig cool. Spiel mit dem Feuer. Nice. Ein rotes Mana. Wir fügen einem Ziel zwei Schadenspunkte zu, falls auf diese Weise Schaden dem Gegner zugefügt wird, wenn der Hellsicht einsah. Das ist ein besserer Schock. Es gab damals ja diesen schönen Buck, dass man zeitweise Schock und Spiel mit Feuer auf Arena im Standard beide spielen konnte, aber im richtigen Paper-Standard nicht. Das war witzig. Und wir haben Suche nach wahrer Größe. Okay, das ist Toski mit einem Wolf. Zwei Mana Verzauberungen. Zu Beginn des Saisons-Segments kannst du eine bleibende Karte. Karte Zauberspruch zu einer Hand mit Umgewandeln-Mana-Kosten. Eins plus der höchsten Umgewandeln-Mana-Kosten, unter anderem bleiben Karten, die du kontrollierst, wirken, falls du das ohne seinen Mana-Kosten. Falls du das tust, wenn du sie einsahst. Okay, also könnt ihr entweder Hellsicht, wenn du es nicht tust, Hellsicht eins anwenden jede Runde, was sehr, sehr stark ist. Oder wenn ihr zum Beispiel eine 4-4-Kreatur im Feld habt, könnt ihr eine 5-5-5, äh, eine 4-Mana-Kreatur im Feld habt, könnt ihr eine 5-Mana-Kreatur von eurer Hand ins Spiel bringen. What? Das ist cool, aber bleibende Karten, das muss nämlich keine Kreatur sein. Sehr coole Karte. Warum spielt die nicht im Commander gespielt? Kann jemand mir erklären, warum die nicht im Commander gespielt wird? Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, I'll be see you. Ciao, ciao.